Wirf Körbe im NBA 75 All-Star-Zentrum. Das ist jetzt der neue Auftrag, beziehungsweise das neue Auftragspaket. Und je mehr Körbe ihr in diesem All-Star-Zentrum werft, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt ihr. Also ihr könnt anstelle leveln, aber ihr könnt auch ein kostenloses Spray freischalten, was einfach den Battle Bus mit einem Basketballkorb zeigt. Also keine große Belohnung, aber dennoch zeige ich euch die Lösung von diesem Auftrag. Und passend für diese neue NBA-Kooperation auch im Item-Shop wurde das Kreativ-Modus-Bild tatsächlich angepasst. Und es gibt auch ein neues Voting jetzt in diesem Zentrum für ein kommendes E-Mode. Heute Abend werde ich auch ein Video dazu online bringen. Und wenn ihr das Spiel geladen habt, beziehungsweise im Kreativ-Modus-Seite und im Zentrum, dann geht ihr einfach zu diesem Basketballkorb hier hin und hebt ein Basketball auf. Und dann müsst ihr einfach in diesen Korb hier reinwerfen und dann zack, und dann steht da auch getroffen. Also ihr steht, ob ihr getroffen habt oder nicht. Und je mehr, wie gesagt, Körbe ihr werft, desto mehr Erfahrungspunkte bekommt ihr. Ich glaube, ab Phase 2 schaltet ihr das Spray frei. Und ab Phase 3, oder wenn ihr alle Aufträge auf einmal abgeschlossen habt, bekommt ihr nochmal Erfahrungspunkte. Also das ist einfach so eine Bonus-Herausforderung, wenn ihr ein bisschen schneller leveln wollt. Das ist jetzt auch nicht so eine schwierige Herausforderung. Ich bin so schlecht gerade, also verzeiht das mir. So, ach, funktioniert gar nicht. Egal, ich versuche es nochmal. Also eigentlich hier im Zentrum, also im Zentrum vom Zentrum, gibt es eigentlich Basketbälle. Die hebt ihr auf und dann müsst ihr das in die Körbe hier reinwerfen. Auch hier auf dieser Seite gibt es nochmal einen Basketballkorb. Mega easy eigentlich. Also es ist jetzt nicht so schwer, aber ich denke mal, manche waren halt vielleicht wegen dem Auftrag selbst verwirrt. So, getroffen. Endlich mal. Egal. Danke fürs Einschalten, Freunde. Wenn ihr nichts weiteres zu Fortnite verpassen möchtet und natürlich nichts weiteres zu den kommenden Aufträgen verpassen möchtet, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke und lasst ein Like da, wenn ich euch helfen konnte. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.